Ich brauche mal hier so'n Kettensägen, Heidi! Ja, ich bin hier! Hast du nicht einer? Nein, hab ich nicht! Ich hab alles von euch! Ich hab nichts mehr, so gehen wir gleich! Schaut mal die Screen-Inventar an! Sagt, ihr seht den Inventar-Ebenen! Digga, schaut mal mein Inventar an, Leute! Schaut mal mein kleines Inventar an! Wir schauen den scheiß Team nicht! Scheiße! Scheiße! Digga, die Kack-Ente, die... Na, wo ist die Endung noch da? Na, sieh mich safe nicht! Ey, hallo! Jetzt wird nicht der Kopf abgerissen! Soll ich sie droppen, oder? Ja, dropp sie mal! Leute, dieser Heini ist so süß! Getroppt, Leute, getroppt! Leute, ich glaube, da kommt ein Skin-Stealer, oder? Stark! Das sah halt for real echt auf! Leute, ein Skin-Stealer! Ein Skin-Stealer! Leute, hier ist ein Skin-Stealer! Habt ihr ein Skin-Stealer gehört? Komm, äh, Leute, hier! Ich brauche mal hier so'n Kettensägen, Heidi! Ja, ich bin hier! Hast du nicht einer? Nein, hab ich nicht! Ich hab alles verloren! Ich hab nix mehr, so wie in Realize! Ja, ich hab die... Ja, ja, hier leuchtet irgendjemand! Ach so, das ist jetzt zufrieden! Hier in dem Gang! Nein, ich hab nur eine! Leute, hier! Hier kommt die andere Kettensäge, Felix, hast du eine? Ah! 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 Leute! Leute, ich glaube, ich bin, äh... Mach du, du hast einen in der Hand bei mir! Also... Bei mir hab ich keine! Bei mir hab ich keine! Ich hab keine! Also, Leute, die Entity kommt jetzt aus meinem Gang hier raus! Da, wo ich grad drin war! Also, hier! Doch, du hast eine! Drück mal links-klick! Wer will links-klick? Hab ich eine bei dir in der Hand? Ja! Bei mir hast du eine in der Hand! Felix, mach mal ein Screenshot-Ballos! Oh, Michael! Wer wird verfolgt? Bin ich's oder will? Seid hier aus! Ah, du hast sogar dich gar... Ah! Na, secker! Felix, bring dich auch kurz um! Okay! Du warst grad verpackt, weil Bupo und ich hatten die gleiche Kettensäge gleichzeitig in der Hand! Also, Leute, ich weiß ja nicht, was ihr hier macht! Ja, aber Alex, bring dich auch bitte um! Wir sind alle totweg an einem Back! Hallo? Das ist ne Lüge, ich hab mich extra umgebracht! Christi! Ja, außer du! Aber du hast dich ja auch nur extra umgebracht! Moin! Servus! Moin! Ey, was macht die? Wir sind beste Bros! Digga, schau, was ihr macht! Digga! Was ist die? Na, geh doch ein bisschen näher ran! Na, hallo? Wie geht's denn so? Digga, wer hält denn so einen Abstand von seinen Freunden? Hallo? Leute, ihr macht euch... Guck mal, hier ist flüssiger Schmerz! Liquid Paint! Ich hab jetzt den einen Hebel hier aktiviert! Wir müssen sie alle gleichzeitig aktivieren! Wie oft sollen wir es dir noch sagen? Was suchen wir denn aus? Ja gut, vielleicht... Also mit dreien könnten wir es vielleicht noch schaffen, wenn einer hier in... Also wenn die halt in zwei Räume sind, die halt nebeneinander liegen. Ja, aber nicht mit zweien! Na, ich bin eh grad gefangen! Wer ist ne Ente? Ich renne hier irgendjemandem hinterher! Leute, renne ich hier grad in nem Spieler oder nem Skinstealer hinterher? Wer ist da? Wer leuchtet mir ins Gesicht? Hallo? Ich bin Skinstealer! Das bin ich! Achso! Hast du ne Kennen Silvia? Warte, ich reiß mal hier... Ich reiß mal hier den auf! Mach auf! Hallo? Sie müssen halt alle aktiviert sein! Und die... Wenn man sie einmal aktiviert, dann gehen sie halt nach einer kürzeren Zeit wieder aus! Warte, hier ist ein Wenn! Hier ist Sass! Da ist auch ein Mandelwater, Leute! Warte, hier ist ein Billardtisch! Und da ist der Hebel! Und ne Totscheibe! Das ist der beste Place! Das ist der Hebel! Und ne Hebel! Und ne Hebel! Ja, wir sehn dein Inventar! Ey, ne! Ich reiß dir hier! Ich schneid dir die Wirbelsäule durch! Digga, so ein Hubenson! Oh, Heidi! Du Kloppi, Alter! Jetzt ist meine Taschen aber einfach weg! Was soll ich machen? Ist die Tür? Ich kann dich hier nicht mehr aufmachen! Hä? Oh! Da kommt die Entity! Ich werd wirklich nichts machen! Leute, bitte lass mal die Tür offen! So vom Ding her! Jetzt darfst du zu machen! Ich hoff mich hin! Tut mir leid, ne? Kann ich jetzt nicht mehr machen, ja? Leute, liegt hier die Bibel auf dem Tisch? Er ist schon... Der Banger, Leute! Oh, oh, Adrenalin! Oh, ich bin unten in der Erde! Eins! Scheiße, Leute! Digga, ich bin mit meinem ganzen Metalwater gespawnt! Ne, ne? Ich auch! Mit meiner Kettensäge auch! Ich reiß dir A** auf! Hä? Wer ist das denn, Wirbelsäule? Nö! Ich säg euch dir A** auf! A**! 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 Was schreit hier jetzt schon wieder? Was ist denn da los? Was machen Sachen? Du hast die Küche gefunden! Du hast die Küche gefunden! Was hast du? Was? Hallo, ich bin Mr. Stealer! Trink mal Liquid Pain, bitte! Oh, Leute! Ich säg mich! Oh, ich fühl mich richtig! Leute! Ich hab' mich vergeschlagen! Boah! Ja, kein Platz mehr hier! Weg mit dem Walkie-Talkie! Leute! Geil! Ich hab'n Chip! Oh, die Satze! So geil! Guck mal, aber jetzt geht der Hebel auch langsamer hoch! Schau mal! Ich mach's mal in eine Reihe alles! Schaut mal die Screen-Inventar an! Sagt, ihr seh'n Inventar immer noch! Digga! Schaut mal mein Inventar an, Leute! Schaut mal mein kleines Inventar an! Wir schauen den scheiß Screen nicht! Oh! Du bist doch hier geiler! Nicht so! Geh doch mal raus jetzt! Scheiß mal auf die Enden! Ich ist sowieso lieb, wenn wir uns spielen! Oh geil! Hier liegt auch ne Kettensäge, ne? Scheiße! Leute, ich liebe dieses Spiel nicht! Ja, nicht viel lang auf jeden Fall! Wo gehst du zurück? Hohh! 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 Du bist doch alleine? Ja, ich kann nicht mehr technen! Deswegen ist es schlau, mal ins Stream zu gucken! Ach ne, mein Mandelwater ist jetzt weg! Ich bin auch auf dem Boden! Warte, warte! Ich kämpfe seit Tagen mit Schmerzen, ne? Ich kann das alles nicht mehr, ne? Ja, du kannst auch... Es gibt nur noch einen Ausweg, Leute! Gibt nur noch einen Ausweg! Gibt nur noch einen! Stuck Message! Das bringt eigentlich um, oder was? Ja! Digga! Brrrr! 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 Ne, ne? Hä? Was? Wer ist tot? Beide! Felix! Wie, Felix ist auch tot? Ich war hinter der Ecke und das Monster hat mich verfolgt mit! Wer ist hier? Och, Digga! Immer noch einen Saft, ne? Scheiße! Ich aktivier das hier schon mal! Scheiße! Scheiße! Digga, die Kack-Entity! Ah, die sieht mich safe nicht! Oh, Moin! Wie ist grad bei... Ja, okay, wenn durchgehend die Kettensäge läuft, dann hört sie mich vielleicht! Ja! Die Leute, ihr müsst euch auch... Komm ich hier durch? Könnt ich auch sehen, das ist nicht geworden! Wir reden immer noch über In-Game-Voice-Chat! Heißt, die Entities hören uns! Ey, boah, Alex, dreh dich mal bitte nochmal um! Ich will grad was machen! Nein, dreh dich nochmal um! Wieder um! Hi! Ja, so! Nein, nein, zurück, zurück, zurück! Wieder in den Gang! Boah, Alter! Ja, ein bisschen weiter raus wieder! Ein bisschen weiter raus wieder! Ja, ich hab jetzt schon zwei Lampen aktiviert und beide leuchten! Warte so! Ah, so geil! Warte! Boah, guckt euch mal das geile Bild an! Oh! Du heilige! Oh, ich will keins dir dafür auf die Kettensäge zu schwingen! Das ist mal geil! Ja, ich hab vorher schon... Das ist der Anfang, Leute! Scheiße! Ich musste vorher schon die Kettensäge aktivieren! Ja, hier! Oh, nehm die doch! Da ist die Entities! Oh, ne, da ist die! Da ist noch ne Tür! Einmal aufrecht, bitte! Beende das Wort! Geh! Willst du einfach hierbleiben und ich geh die anderen zwei aktivieren? Ja, du wirst halt sterben! Nee! Jetzt sind's wieder drei! Ah! Bist du gestorben? Nein! Meine Sanität ist bloß niedrig! Sehne die, Leute! Zack! Und noch ne Dose Madelwater reinfetzen! Digga! Na, Leute, ich will mal was aufsehen! Ist er gestorben? Digga, ist er gestorben? Jo! Ich bin tot! Ne, weißt du, ich hab nur gesagt, dass er gestorben ist! Ich hab'n Bug! Schaut mal mal Stream! Jetzt ist lieber der geile Bug! Du hast auch'n Bug, Alter! Keine Ahnung, was ist das denn? Wird ihr das geile Eis? Hä? So, jeder geht jetzt von uns zu einer Tür, okay? Ja, ich bin hier schon bei mir! Jeder geht jetzt zu einer Tür, wo er ein Schalter ist! Ey, dann hol' ich auf die Kette! Hier ist ein Schalter! Ich hab' ne Schalter! Ich brauch' aber dann ne Kettensäge! Oh, Scheiße! Jo, Leute! Ich brauch' aber dann deine Kettensäge, ne? Ihr müsst mir nur beteilt sein, ich bin da, wo Alex fast gestorben ist, da! In diesem Gang! Ich kann ja easy actieren! Lass mich rein! Warum denn? Okay! Ich brauch' die Kettensäge von dir! Ich hab' keine Kettensäge mehr, Bro! Ich bin gestorben! Und wer hat denn die Kettensäge da am Anfang gerade aufgehoben? Ich hab' keine, ich hab' keiner! Niemand! Ach so, ja, dann passt! Ja, hier sollt' ihr vielleicht noch irgendwo einer rumliegen! Ja, wait, da müssen wir jetzt... Also, Alex hat eine Tür! Und wo, was bist du? Ich hab' einen! Ich hab' noch einer! Aber du brauchst'n Schalter! Du brauchst halt'n Schalter, ne? Warte, wie sieht's hier aus? Doch, ich hab' den Schalter! Ich hab' den letzten! Oh, Leute! Alle drücken! Eins, zwei, drei! Woppa! Felix! So, jetzt grad! Alle zu Felix! Hier ist noch einer! Hallo, die Tür ist wieder zu! Hä? Ja, ihr müsst' alle drücken! Drücken und... Ja, Felix, du musst da durchrennen! Ja! Digga, ihr müsst sofort wieder drücken! Drei, zwei, eins, go! So, jetzt, Digga, die Entity ist auf mich zugelaufen! Fuck! Ja, alles wieder zu! Hey, du musst auch durchgehen! Digga, seid ihr jetzt langsamer durch das Gate gegangen? Wie schwer kann's denn sein? Felix, du bist direkt neben dem Gate! Wie kann's denn sein, dass du nicht durchkommst? Digga, bist du... Jack! Ihr müsst die Buttons drücken! Und dann muss jemand, der bei dem Gate steht, durch das scheiß Gate durchgehen! Bro! Ja, Felix! Warum? Natürlich konntest du durch das Gate gehen! Hä? Bist du Jack? Nein, ich bin doch durchgelaufen! Ja, nee, eben nicht! Alle aktivieren doch mal! Ja, jetzt bin ich tot, Leute! Ja, okay! Das... Junge, wenn ich durch das Gate gelaufen bin, aber nicht durchkomme! Wie kannst du denn nicht durchkommen, wenn's auch will? Frag mich nicht, es ging nicht! Ich ging nicht, ne? Es ging nicht! Ah, jetzt bring ich mich auch um! Mann, Junge! Ja, Bulpo! Umbringen! Ja, und warum stehst du da noch vor diesem Button und drückst ihn noch wie so? Ich habe nicht gedrückt! Ja, aber du standest noch davor und hast ihn angeguckt! Das ist noch schlimmer! Ja, Junge, ich dachte, das scheiß Gate ist offen und Ding ist schon durchgelaufen! Das war auch oben, aber ich konnte nicht durch! Ich habe ja versucht durchzugehen! Dann macht's ran und dann macht's bam! Und dann ran! Und dann ran! Ciao, ciao! Zack, zack! Ram, ram, zam! Ja, du musst jetzt dort bleiben! Ja, mach die Tür! Servus! Sabre Ere! Und Felix ist da! Was ist denn das da? Was musst du da drücken? Da sind ein Torsten, ah, hier sind doch noch. Ach, da sind... Ah, ja, 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 geh mal zurück! Geh mal zurück, Felix! Durch die Tür hinter dir, in diesen Abteil dort. Ja, ja, in dem Bereich. Jetzt guck auf die Fenster! Wie die Fenster leuchten! Dann musst du das in deinem Keeper deinem�. Torn the lights on. What's where you see? Shut the fuck up, what will you hear? Nothing! Oh was? Ja, du bist der Beste! Let's go! Ab jeder! Ab jeder Peter! So, kommt jetzt bitte ne Cutscene und wir werden re-wired? Dün 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 dün! Let's go, Leute, ne Cutscene! Loading Screen einfach, ne Cutscene! Der ist grad aufgewacht, ey! Ui! Ram, Ram, Tsam!